Heute seht ihr mich hier mit 2000 anderen Gästen an Bord von AIDA Bella und wir sind auf der Südostasienreise. Ich kann euch diese Reise nur ans Herz legen, denn es sind tolle Städte dabei wie Bangkok, wie Singampur. Es gibt Religionen und Kulturen zu erleben und ich lege euch diese Reise wirklich wärmstens ans Herz. Es lohnt sich. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, wie wird man Clubbotschafter? Einfache Voraussetzung, ihr müsst AIDA lieben. Zweite Voraussetzung, ihr müsst Mitglied im Club sein. Wie werdet ihr das? Geht einfach auf die Seite www.aida.de und meldet euch dort an. Denn seit Oktober 2015 hat AIDA ein neues Clubprogramm und es gibt dort die Clubstufen Blau bis Gold. Je höher ihr kommt, umso mehr Überraschungen warten auf euch. Aktuell befinden wir uns gerade Backstage im Bereich hinter den Kulissen des Teaters. Wir waren vorher lecker im Rossini-Essen, haben auch in andere Bereiche hinter den Kulissen geschaut und es war einfach für mich eine unvergessene Geschichte. Und ich bin mir sicher, auch für euch wird es auf den Schiffen der AIDA wieder unvergessliche Momente geben und ich wünsche euch dafür ganz viel Spaß.